Hallo Leute! Willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Marco, du musst Mama helfen Fotos für ihre Fans zu machen. Entschuldigung Mama, ich kann gerade nicht. Ich muss dieses Projekt für die Schule morgen beenden. Schatz, diese Bilder sind wichtiger als dein Projekt. Diese Bilder helfen Mama, mehr Follower zu bekommen. Und die Follower mögen alle Mamas Fotos und machen ihre dummen Freunde eifersüchtig. Aber das ist das letzte Projekt des Jahres und es ist 80% meiner Note wert. Marco, komm sofort her und hilf mir, diese Bilder zu machen. Mama, ich habe keine Zeit. Jedes Mal, wenn ich dir beim Fotografieren helfe, dauert es ungefähr zwei Stunden. Bringen sie dir nicht in der Schule bei, immer auf deine Mutter zu hören und zu tun, was sie sagt? Weißt du was? Ich werde dir eine Lektion darüber erteilen, was passiert, wenn du nicht auf deine Mutter hörst. Mama, was machst du? Nun, sieh dich an, wie du wie ein kleines Mädchen weinst. Marco, ich möchte, dass du mir zuhörst. Du wirst nie etwas mit deinem Leben anfangen. Weißt du nicht, dass Gott uns alle unterschiedlich gemacht hat und dass wir alle bestimmte Talente haben? Zum Beispiel hat Gott mir diesen erstaunlichen Körper gegeben. Mit dem ich im Internet berühmt werden und Geld von Make-up-Marken und Bikini-Marken bekommen kann. Und Gott gebe dir diese kleinen Hände dafür, dass du mein Telefon hältst und Fotos machst. Also komm schon. Lassen wir Gott nicht im Stich und verschwenden wir unsere Talente. Okay Mama. Das ist richtig Schatz. Halte einfach diese Taste gedrückt. Wer ist es jetzt? Okay. Du bleibst einfach hier und ich bin gleich wieder da. Thomas? Was machst du hier? Du weißt, wir sind nicht mehr verheiratet. Ja, ich weiß. Ich komme nur, um meinen Sohn zu sehen. Nun, das kannst du nicht. Ich habe das volle Sorgerecht, erinnerst du dich? Ja, weil sie den Richter angelogen und gesagt haben, dass ich ihn körperlich misshandelt habe. Nun, eine so heiße Frau wie ich, hat viele Tricks im Ärmel. Du bist ekelhaft, weißt du das? Ich weiß nicht, warum ich mich jemals in dich verliebt habe. Hör zu! Du musst mich meinen Sohn sehen lassen, okay? Nun, wenn ich das täte, wäre das ein Gesetzesbruch. Und ich bin ein gutherziger Mensch, der sich immer an die Regeln hält. Kann ich ihm dieses Geschenk wenigstens zum Geburtstag geben? Hat er heute Geburtstag? Papa, ich habe dich so vermisst. Ich habe dich auch vermisst, Sohn. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Papa, du musst zurückkommen. Ich brauche dich. Ich weiß, keine Sorge. Ich habe einen Plan, okay? Ich habe dir noch ein Geschenk besorgt. Oh mein Gott, es ist ein Welpe. Wenn du einsam wirst, du hast jemanden zum Reden und Spielen. Was sagst du? Er kann mit mir reden, wenn er einsam wird. Marco, geh wieder rein. Und du, verschwinde von hier, bevor ich die Polizei rufe. Vielen Dank, Papa. Ich liebe dich. Vielen Dank für das Geschenk. Ich liebe dich auch, Sohn. Denke daran, ich habe einen Plan, okay? Wir werden uns bald sehen. Marco hat sich mit dem Hund, den sein Vater ihm geschenkt hat, richtig gut angefreundet. Sie spielten jeden Tag und jede Nacht. Sein Hund half ihm dabei, all die harten Zeiten zu überstehen. Wenn seine Mutter ihn anschrie und ihn zwang, Fotos von ihr zu machen. Maria wurde immer frustrierter, weil sie keine Aufrufe mehr für ihre Videos erhielt. Sie dachte immer über neue Wege nach, um immer mehr Aufrufe zu bekommen. Drei Wochen später Ich kann nicht glauben, dass ich dich dazu abhole, ein Spiel für den dummen Hund zu besorgen. Mama, du hast versprochen, wenn ich die ganze Woche Fotos von dir mache, kaufe ich Max ein paar Spielsachen. Nun, wir sind angekommen. Jetzt hast du drei Minuten Zeit, um deinem dummen Hund ein Spielzeug zu besorgen. Drei Minuten? Wir haben uns nie auf drei Minuten geeinigt. Entweder drei Minuten oder nichts. Nein, nein, bitte. Ich kann es tun. Was mache ich mit diesem Kind? Ich hasse ihn so sehr. Und ich hasse dich auch. Du dummer Hund. Ich denke, alle Hunde sind ekelhaft und sollten sterben. Was? Lisa hat gerade eine Million Likes für ihr Video bekommen? Sie hat nur mit ihrem Sohn geweint? Jeder könnte das tun. Ich frage mich, wie ich Marco zum Weinen bringen konnte. Komm her, Welpe. Mama wird dir nichts tun. Drei Minuten später Max, du wirst das Spielzeug nicht glauben, das ich dir besorgt habe. Es war im Angebot und es war das Letzte. Max? Max? Mama, Max bewegt sich nicht. Oh, tatsächlich? Das ist verrückt. Ich dachte, er schläft nur. Mama, wir müssen etwas tun. Bringen wir ihn ins Krankenhaus. Ja, ja. Wir werden das antun. Ich muss nur zuerst meinen Fans sagen. Was sagst du? Wir müssen uns beeilen. Dafür ist keine Zeit. Ruhig. Ich muss mich konzentrieren. Oh mein Gott, Leute. Sie werden nie glauben, was gerade passiert ist. Unser kostbarer Hund, er bewegt sich nicht. Und mein Sohn Marco und ich, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir können einfach nicht aufhören zu weinen. Marco, komm hier. Schau in die Kamera. Du musst mehr weinen. Worüber redest du? Mein Hund wird sterben. Wir müssen ihn ins Krankenhaus bringen. Leute, das ist so schrecklich. Dieser Hund war nicht nur wie ein bester Freund, er war wie ein Sohn für mich. Wir brauchen jetzt dringend eure Unterstützung. Wenn Sie also liken und abonnieren könnten, hilft uns das, das durchzustehen. Denken Sie daran, zu liken und zu abonnieren. Wir müssen gehen. Er atmet kaum. Es ist zu spät für deinen dummen Hund, okay? Außerdem sind diese Tierärzte schreckliche Menschen. Sie verlangen Tausende von Dollar, um Hunden zu helfen. Also, lassen wir Max einfach sterben? Ich habe wenig Geld gespart, um mir eine Gucci-Tasche zu kaufen. Und ich werde mein Geld nicht für deinen hässlichen Hund ausgeben. Madame, Sie sind verhaftet. Bitte steigen Sie mit erhobenen Händen aus dem Auto. Unter Arrest wofür? Was habe ich getan? Wegen Tierquälerei und Misshandlung ihres Kindes. Tierquälerei? Ein Kind misshandeln? Ich habe nichts dergleichen getan. Außerdem hast du keinen Beweis. Nein, wir haben alle Beweise, die wir brauchen. Danke an Max. Ich habe ihm eine kleine versteckte Kamera ins Halsband gesteckt. Und gesehen, wie schlecht du ihn und unseren Sohn behandelt hast. Papa, wir müssen Max helfen. Er wird sterben. Keine Sorge, ich habe den Tierarzt angerufen. Er wird in ein paar Minuten hier sein. Vielen Dank Papa. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch so sehr Sohn. Der Tierarzt traf wenige Sekunden später ein und konnte Max etwas Medizin zum Atmen geben. Maria wurde für schuldig befunden und zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Auch das alleinige Sorgerecht für Marco wurde Thomas schließlich zugesprochen. Und Marco konnte nun bei seinem Vater leben. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren. – – Untertitelung. BR 2018